Können wir, Senior, können wir gleich wieder mit dem Motorrad fahren, wenn das hier alles fertig ist? Also wenn du Lust hast, wieso nicht? Ja, verdammt. Ich will eigentlich auch nochmal damit fahren. Warum sagst du einfach die ganze Cousin? Ich sag keinem Cousin, ich sag verdammt. Cousin, du kommst mir bekannt vor, wenn die ganze Cousin sagst. Okay, ich renne jetzt ganz weit weg. Ich hab nichts gehört. Yo, verdammt. Oh, was ist das denn? Habt ihr diesen Cousin-Typen da gerade rauslaufen gesehen, verdammt? Ich hab nichts gehört, alles gut, warte, ich hab nichts gehört, warte, ich halte meinen Mund. Was ist denn los? Geh mal ganz schnell wieder zurück, verdammt. Sie, sie. Oh nein, ich bin wieder noch eine Waffe. Amigo, wir haben uns sogar schon kennengelernt, sie. Was sag ich zu bezweifeln, verdammt.